So, dann machen wir hier mal einen Spritze später und zwar in Doom. Also musst du die Energiefilter abschalten, die sich überall im Oberflächenkomplex befinden. Der Anfang vom Ende. Olivia nutzt den Turm um einen Zugang zu deren Welt zu öffnen. Du kannst das verhindern, indem du die Ansaugfilter des Turms deaktivierst. Außerhalb der Basis treten nicht verankerte zwischendimensionale Aktivitäten auf. Für Aufgaben an der Oberfläche fehlt der Aktivitätsarbeit im Team. Dann wollen wir mal. Sehr schön. Dann wollen wir mal ein bisschen Metzeln. Upsa. Ja, hier stand halt so ne Rune. Die hab ich zwar schon gemacht, aber das ist nicht abgestürzt drin. Ey, deswegen musste ich den Gameplay-Video jetzt nochmal neu machen. Naja, scheiß drauf, ey. Schon kacke, wenn das alt abstürzt hier, ey, manchmal. Er spielt so schön, machst du Videos so schön. Na, dann kackt die Scheiße ab und dann ist die alt weg, ey, na egal. Na, die Panzerfaust, aber so hatte ich auch schon aufgehoben. Leider auch alles abgestürzt, ey. Naja, egal. Na, durch die ganze Einsammeln hier könnten wir ja jetzt mal hier was machen. So, erhöht die Feuerrate, erhöht die Größe der Explosion. Ja, hört das tut an. So, jeden Punkt hätten wir noch. Kann man ja auch noch machen. Hier können wir noch einen Punkt setzen. Naja, Ruhnprüfung ist das, warte ich schon. Die Macht habe ich vorhin. Was leider abgestürzt ist. So, weniger Schaden durch eigene Waffe. Ja, machen wir mal. So, weiter jetzt. Ja, Alter. Sau muss das sein. Schönen Metzeln, Alter. Keine Gnade hier. Das System muss richtig schwitzen, Alter. Ja, ja, komm, Alter, komm her, ja. Na komm her, na komm. Sehr schön. Na komm. Kleine Missgeburt, Alter. Ja. Ich will hier Metzeln, ja. Ja. Mal wissen, hier für Action schauen. Ja. Stirb, Alter. Da. Da ist doch Kelle. Bam, Alter. So muss das sein. Boah. Blöde Drecksaucher, Alter. Aber der richtig geil finde, ist die Karte, Alter. Die haben sie richtig geil gemacht, so 3D-mäßig. Vollhammer, gefällt mir. Ne, der gefällt mir auch. Oh. Der ist auf der Wand geflogen, ey. Naja. Aber dass die Gegner verschwinden, finde ich ein bisschen negativ. Hätten sie liegen lassen können. Aber na egal. Wir deaktivieren den Tower nur für kurze Zeit. Wir deaktivieren den Tower nur für kurze Zeit. Du musst jede Linse einzeln entfernen. Öffne die Scharniere, dann gleiten die Hüllen. Achter, Energiekontamination entdeckt. Die Erzeugung von Argen Energie zu verhindern ist nicht nötig. Ich laber nicht. Ich mach das schon. Ich laber nicht. Ich hab's geschiebert aufs Maul. Mann, geh mir doch nicht auf den Sack hier. Alter. Meine Fresse, ey. Boah, Alter. Ich hab überhaupt kein Plan hier wo lang. Dämonischer Vorstoß entdeckt. Mensch, verpüß dich doch mal. Mensch, verpüß dich doch mal. Alter. Das ist ja ein Gemetzel, ey. Geil. So, noch einer ohne Fahrkarte. Oh, hier. Bistig, Alter. Hier, fang. Diese kleine Sau, ey. Oh, ja. Oh, ja. Hör auf. Die Hüllen Energie ist ohne Filter nutzlos. Achtung, Energiekontamination entdeckt. Hau die ganze Scheiße im Arsch. Alter, was ist das, Alter? Da lang, okay. Was du da zerstörst, ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Eine perfekte, unbegrenzt vorhandene Energiequelle. Was ist denn da oben? Äh. Was ist denn da oben? Äh. Oh, fack, ey. Äh. ach du scheiße ach kacke geht auch ok was ist denn hier los er es Ja, baut es hier los. Waaah, ey da. da ist ja übel richtig übel wir haben diese technik jahrzehnte perfektioniert und verkauft die hellen energie ist dank unserer wissenschaft nutzbar unsicher und wir haben eine energie krise gelöst für die es keine antwort gab es funktioniert du darfst das nicht tun oh gott man rennt oh gott man rennt ah geil komm her du blöde zau oh was geil übel alter denken sie dran die zwölf des neunerrats beobachten sie wenn du unsere energieproduktion stoppen willst musst du nur den letzten filter zerstören dann gibt es keine arzt und energie mehr in unserem sonnensystem und wir fangen wieder bei null an dann du hast keine ahnung was du da gerade getan hast olivia lebt noch ich habe ihre lebenszeichen im argent tower entdeckt sie hat einen der akkumulatoren aus dem tower mitgenommen wir können seine energie signatur verfolgen tja das war es dann es gibt sonst nichts mehr zu tun das war es dann antwort Oh, was geil, ey. Ging ja gut ab, ey. Hä? Irgendwie bugt das bei mir rum. Na egal, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder rot da rein.